So, 3, 2, 1, willkommen zurück zur Universum. Das müsste Folge 12 der Dezember-Staffel sein, sprich vierte Staffel. Okay, wer jault denn hier? So, verbessern. Hier fehlt einfach nur Holz. Okay, bei Holz kann ich ja helfen. Komm, wir machen einfach mal ein bisschen Zauberei. Da noch was. So. Werfen einfach mal Bäume rein. Ach scheiße, hier fürs Krankenhaus werden wohl jetzt Bretter benötigt. Shit. Okay, da war ja meine Holzabrissaktion jetzt ein Schwachsinn. Wir leiten noch mal ein paar kleine Verbesserungen ein. Aber mir fehlen da ohnehin die Bretter. Dass das jetzt in nächster Zeit eh noch nicht fertiggestellt wird, ist da wohl klar. Oh, diese Wunsch ist ein bisschen schrecklich. Ich habe nie so eine schreckliche Spezies gesehen, Kreator. Flitterwochen genießen bevor. Wünscherroute abgeschlossen. Oh, jetzt hier arbeiten. Du glaubst an mich und du glaubst an mich. Holzfäller. So. Des Weiteren. Als Holzfäller eingestellt. Du. Und du. So. Und um euch gleich mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Mach ich mal hier ein paar Bäume hin. Hier ein paar Bäume. So. Da habt ihr erstmal zu tun als Holzfäller. Hier geht es weiter. Verbessern. 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 Ich dachte ich hätte das alles eingeleitet schon, aber... Kommen wohl immer wieder neue Sachen dazu. Kurz nach dem Krankenhaus schauen. Wo war das denn? Hier. Ja. Da können wir natürlich auch behilflich sein. So. Da da da. So. Nahrungsmittel immer noch 120. Knapp. Bei 200 und 12 Nuggets. Die wir als Bevölkerung haben. So. Ich würde dann gerne auf Kinetische Energie gehen. Und dann irgendwann mal hier Strafverfolgung. Dann sehen wir doch mal hier schon. Aufhören. Ah. Oh. Ähm. da kann man gleich mal zum archiv orientierung verloren archiv hier drüben speichern so es wird winter bald kommt hier ein kleiner wirbelsturm wie es ausschaut was sind hier überhaupt noch gebaut park ingenieure noch mal was ist das stein raffinerie du glaubst an mich und du glaubst an mich steine verarbeiten hier arbeitet jemand drin der hat die knochen gefrochen schutz gehalt so und schacht schalung also wohl eine brunnenverbesserung wir wohl tiefer graben dadurch vielleicht mehr fördern oh da hinten feuer ist das echtes feuer was ist das achso es ist der friedhof ok also kein schlimmes feuer hier wird fleißig holz gehackt hier ingenieurbüro ingenieure bitte fleißige leute die an mich glauben oh die haben schon arbeit ähm ok dann clevere leute ein ziedler ist vielleicht nicht optimal schwach nehmen wir dich und dich so die machen gerade gut holz hier da werde ich mal ja bäume pflanzen sägewerk geht zwar kommt die hier nicht durch holzofen nächste verbesserung so was ist hier noch eine verbesserung wirtshaus achso wirtshäuser alles verbessern langsam haben wir ja ein bisschen holz auf der hohen kante wirtshäuser wie siehts denn aus im wasserverbrauch verbessern das ist der kleine park hier oder pond park so wasserreservoir verbessern ja im moment läuft super lebensmittel können servieren wo war der arzt nochmal was bist du krankenhaus das ist das verwässerte krankenhaus schutz heilung ist hier ein patient drin ja hau da unten hau da unten wirtshaus wirtshaus verbessern jetzt sind wir an der elektrizität mit der forschung dran hier unten seht ihr es wirtshaus wirtshaus verbessern oh da ist jemand verletzt so wirtshaus das bein ist wieder ganz machen sie sich keine sorgen Ingenieure und hier nochmal Ingenieure war echt ein bisschen übertrieben an der stelle oh so da haben wir sie erwischt die wird jetzt auch erstmal geheilt Yisalaam Tiralala oh hier ist noch jemand Mensch warum habt ihr alle gebrochene Beine Schule das war der Lehrer ok jetzt geht meine Stimme kaputt oh Mist Steine 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 große und auch kleine ja können wir dich einfach mal verfolgen wie ging das noch ja war so als ging das doch mal in dem Spiel ne so nicht hm naja gut dann fliegen wir einfach so mal ein bisschen rum stehen noch ein paar Schneemänner Wirtshaus verbessern so irgendwie haben wir aktuell keine Kinder an was liegt das feld bäume holz raffinerie holz auf lager hier sind auch richtig bäume noch da hinten auch alle fleißig und nichts sagen paar punkte habe ich noch dann noch mal ein paar bäume jetzt sollten wir wieder die punkte auf waren elektrizität nacket tesla hat eine wichtige nachricht für dich der kreator my own sense is going to what's not ask in den kommenden jahrhunderten strange objekte wie ein kross planet fließt er platziere eine batterie strike the battery with lightning using blitz nutzen um die batterie aufzuladen ok wir bauen jetzt erst mal eine batterie als nächstes werden wir verbrennungs energie wollte ich eigentlich nicht da probieren wir mal kinetische energie geht wohl nicht warum warum geht auch noch nichts na gut dann bauen wir erst mal die batterie hauen da einen blitz rein bist du zufällig tesla nugget ja wer ist deine kollegin ok tesla 12 prozent durch find and retreat error components by interesting plants of smoke Danke. Da sind noch richtig viele Mammuts hier unterwegs. Aggressiv, freundlich, neutral. Aggressiv. Ich will meine Gottpunkte jetzt erstmal aufheben. Schwimmt das? Was ist das? Ein Wal? Heiliger. Okay. Jetzt sollte ich nur langsam wieder meine Nugget-Zivilisation finden. Gott. Da geht es nur Felsen. Scheiße. Hier. Ist das unser Dorf? Nee. 42 Leute. Die hatten vorhin unser Angebot abgelehnt. So. Die strafe ich jetzt mal mit Feuer. Oh, das kostet ja richtig Punkte. Was kostet das denn? Zorn? 50. Oh. Okay, kann ich jetzt? Bitte, bitte, bitte. Ähm, ein neuer Nachbar. Bordeaux. Bordeaux just started the first construction. Bordeaux. Okay, wenn die mein neuer Nachbar sind, können die doch nicht weit weg sein. So, wo sind wir? Null Plan. Scheiße. Wobei, kann ich hier einfach einen auswählen? Dann hinspringen. So, geht doch. So. Nein, ich kann es schon wieder nicht feiern. Forschungsrate. Plus 30%. Scheiße. Weniger Gottpower, mehr Forschung. Oh. So. Tesla. I created bla bla bla. I'm on it. So, Blitze. Dann probieren wir mal, ob wir Blitze hier reinschicken können. Dann probieren wir mal. Okay. So, ich bin ganz sicher. So, ich bin ganz sicher. Okay. So, ich bin ganz sicher. So, ich bin ganz sicher. ich dachte das ging so ich sollte doch ein blitz nutzen bevor ich vergesse ich beende mal diese folge tschüss und schau bis zum nächsten mal bei bei